Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen League of Legends Video. Ich bin Nidalee und hier werde ich ein paar kleine Clips kompensieren. Springen wir direkt zum ersten Clip, denn die Laning Phase ist nicht sehr spannend gewesen. Also hier haben wir ein paar Leute verfolgt. Ich werfe einfach mal random einen Speer, triff jemanden und... Ja. Was war das? Random Flash for the win? Wie dem auch sei. So ein sehr eigenartiger Flash. Ich werfe nochmal einen Speer, um zu gucken, ob die noch da sind. Und anscheinend nicht. Die sind in die Mitte gegangen. Egal. Der nächste Clip und dies ist der beste Clip des Videos. Wir merken, hey, die machen Baron. Mach mal CV hin. Ich mach CV hin. Oh nein, die machen Baron. Was machen wir da? Nix, ihr macht Baron. Und auch zum nächsten Clip. Hier verfolgen wir Lux durchstehen. Jungle. Dann hat Riven gesagt, hier, ich tank mal. Mach den Tower mal down. Also, tankt sie. Wir machen den Tower down. Lux die ganze Zeit. Und er will dies auf uns da machen und blablabla. Ich hab mir gedacht, nö, du Hure. Jetzt hörst du mal auf damit. Und ohne den Baron-Stil hätten wir es ehrlich gesagt nicht geschafft, dieses Spiel mit einem Sieg zu beenden. Der Baron-Stil war der erste Weg. Der erste Schritt zum Sieg. Danach haben wir nochmal einen Baron gemacht, aber alleine diesmal und ohne Stil. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.